Nein. Doch so nicht. Hä? Wenn ich so dran mache, bleibt ein Abstand. Wenn ich so dran mache, bleibt kein Abstand. Dann haben wir trotzdem nur noch das Dilemma. Dass wenn wir hier ... ... ... ... ... Also nein, ich muss es schon so machen. So ist das immer noch zu viel. Wenn ich es so mache, ... ... So würde es passen. Dann muss ich es so machen. Okay. Dann sieht nur das Eck hier etwas seltsam aus. Deswegen machen wir das so rum. So rum sieht es besser aus. Ja, und jetzt kommen wir auch direkt ... 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 Vielleicht noch eins obendrauf. So, und dann... ...merken wir gleich, dass es hier nicht aufgeht. Das war jetzt zu viel. Wobei, es geht sich auf. Und ja, hier müssen wir noch zumachen. Wenn's los ist, das können wir nicht in der Seite ziehen. So, das wäre unsere Kirche. Und ja, ich weiß, das wird viel Stein kosten. Oh, und hier müssen wir auch noch zumachen. Aber ja, das wäre eine Kirche. Das wären 417 Steine für diese Kirche. Also, fang dann zu bauen. So, und für die zweite Baustelle hier drüben. Also, nehme ich eine zweite Baustelle. Hier will ich einfach nur eine Waffenkammer oder ähnliches drin haben. So, die kriegt eine richtige Tür. Und nicht nur so ein Eingang wie die Kirche. Machen wir auch 4 hoch. Eine Tür ist 3 hoch, nicht wahr? Ja. Okay, dann wird das Rathaus... Nennen wir es einfach mal. Ah, da brauchen wir jetzt Parapets. Die hier bitte. So. Dann wird das Rathaus 5 hoch. So. Eine Stufe noch oben drauf. Gut, der Eingang ist jetzt nicht mittig, aber ist egal. So. Und da gibt es einen Weg nach oben. Da gibt es Holzsäulen. Wo wir dann das Dach einziehen. Ein Flachdach aus Holz. Das hätte ich wahrscheinlich dann doch lieber hier drüben hin machen sollen. Also, verschieben wir das Ganze. Direkt gegenüber vom Eingang hin. So. Gut. Gut. Weil ich glaube, die Entfernung kriegen wir noch hin. Mit... Äh... Ja. Dachbalken. Also mit... Querstreben meine ich. So. Und so. Und das ist zu viel Entfernung. Okay. Dann lassen wir das alles erstmal so. So. Ach nee, das ist außen rum. Wobei, das sollten wir auch wegmachen. Oh, und ich mach Löcher. ...hinein. Nee, nicht gut. Gut. Gut, die Löcher kann ich nachher füllen wieder. Ja, ich weiß nicht. Ich sollte auch ein paar Finster einbauen. Fällt mir grad so auf. Sonst ist das ja hier ziemlich dunkel. Also hier und hier Fenster. Sagen wir hier. Und hier auch jeweils ein Fenster. 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 So. Ah, der Steinbuch ist leer. Ja, da können wir den ja wegmachen. Stimmt. So, jetzt waren wir eine ganze Weile mit Planen beschäftigt. Für unsere ersten beiden Gebäude. Musik. 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 Was ich ja wahrscheinlich leider nicht machen kann, kann ich ja mal hier ausprobieren. Wenn ich hier jetzt, ne kann ich leider nicht hier dran pflanzen, muss. Und ja, was wäre denn nochmal der Maximalabstand? Und das würde nicht klappen, weil sie unterschiedlich hoch sind und nicht nebeneinander stehen. Okay. Probieren wir mal ein Maximalabstand von 4 aus. 4 sollte eigentlich noch gehen. Ja. Also 4 zwischen den beiden. Wenn ich jetzt Maximalabstand von 5 nehmen würde, wäre das wahrscheinlich schon wieder zu viel, oder? Ja. Weil leider kann ich unten an die Balken nichts dran pflanzen. Also ja, ich müsste... Hier jeweils, bitte ich dazwischen, noch einen Balken machen. Okay, spätestens hier wäre das ein Problem. Dann machen wir das letzte hier hin. So. Dann überall die hier hin. Ja. Und... Und... Die hier hin. Hier habe ich, glaube ich, vergessen gerade. Ist egal. So. So. Dann könnte ich hier... Aufspannen. Natürlich so, dass auch die Treppe frei bleibt. Oh. Oh. Jetzt schnapp dir nun mal die Steine. Und ja, ich sollte es rumdrehen, ich sollte sagen, die werden nicht konvertiert und die werden konvertiert. So, dann können die alle eingerissen werden. Ja, jetzt haben wir keine Steine mehr. Jetzt können im Augenblick nur die Balken gebaut werden. Was aber auch nicht schlimm ist, wir besorgen ja gleich wieder Steine. Das ist der Bild, wird also erstmal der Bild dann fix sein. Wobei, schicken wir euch in den Quarry und dich in den Quarry. Dich einschicken mal, jetzt mal die Sachen kaputt machen. Wo wollt ihr beide denn hin? Ihr könnt erstmal die Bretter ablegen, bevor ihr in den Quarry geht. Wobei, schicken wir euch in den Quarry. Und das ist nicht gut. Hier soll nichts mehr gelagert werden. Ja, hern. Vielen Dank.